Klasse, are you ready for a spooky story? Diese Geschichte geht um Danny. Danny! Danny ist ein Körbis. Er ist 15 Jahre alt. Und er wohnt in einem Spukhaus. Er hat zwei dreieckige Augen und eine dreieckige Nase. Er hat keine Beine und deswegen ruft er und rollt er. Und rollt er. Kannst du nicht rollen? Oh, nein. Und rollt in dem Flur auf dem Boden. Er trägt einen Sombrero. Und er ist sehr, sehr reich. Er hat ein Haus. Wow. Und in seinem Kopf ist ein brennender Kerzer. Und das hier ist Ebram. Ebram ist ein Messer. Ein Fleischmesser. Er hat zwei dünne Arme und zwei kleine, kleine Beine. Und er ist aus Stahl und er glänzt. Remember glänzen means to shine. Er ist intelligent, aber er hat Angst vor... Kakerlacken. Ah! Ah, nein. Ein Kakerlacken. Also, gut, Klasse. Now for the review. Okay. So pay attention. Dani ist ein Körbis. A Pumpkin. Right? Er ist 15 Jahre alt und wohnt in einem Spukhaus. Das ist ein Haunted Haus. Spooky. Er hat drei, zwei dreieckige Augen. Triangular. Dreieckige. Or triangular. Und eine dreieckige Nase. Er hat keine Beine. Und deswegen hüpft er, hüpft er und rollt er in dem Flur auf dem Boden. Er trägt einen Sombrero und ist sehr, sehr reich. In seinem Kopf ist eine brennende Kerze. Abram ist ein Messer. Er hat zwei dünne Arme. Dünne Arme. Oh, mein Gott. Und zwei kleine und dünne Beine. Er hat blaue Augen und ist aus Stahl. Er ist ein großes Weichmesser.